recht herzlich willkommen zur 100 ich glaube 92 folge von towns ja wir müssen ja und das warehouse noch zu ende bauen das hat man jetzt mal im auftrag gegeben beziehungsweise ja da sind sie daran am fuhrwerken und da noch ein paar mauern hin das geht wohl hierhin aber nicht da unten sondern da oben sehr interessant ja lauf 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 ja noch eine mauer das loch stopfen sie jetzt natürlich nicht ist klar aber blau ist ausgemalt also könnten dieses auch tun hält läuft raus um irgendwo anders was zu machen okay nähen ja keine ahnung da mitten in die landschaft guckt hier ob hier wilde kühe sind oder was und jetzt geht er wieder zurück ja toll der muss jetzt da die treppe runter alles klar jetzt noch nicht geklappt müssen wir dann auch mal nachher noch dinge ins machen da ist es an die richtige truppe ausbilden beziehungsweise der uns zu hause saß machen lassen und der kommt jetzt nicht mehr runter doch da auf jeden fall ja die sitzen alle steine noch nicht die richtigen läuft oder kann hier schon mal aufmachung für den letzten steine die da gleich noch fehlen jetzt hat es mal mit dem unteren geklappt dann können wir da einen drauf setzen und das müssen wir noch machen sonst kommen wir nachher nicht runter ok ja schön da kommt schon einer wieder mit dem stein ok da kommt noch einer darum der zweite sehr interessant die löcher die ich gestopft haben möchte werden noch nicht gestopft die kommen wahrscheinlich als letztes dran da ane hier unten kam schon ja da müssen noch zwei hin wo kommt er denn bestimmt hier eine ecke das loch in der decke ist geschlossen worden sehr schön gut da kommen zwei einer geht läuft nach hier unten einer nach oben sieht auf jeden fall so aus ist auch so die ecke ist gemacht und der stein sitzt auch da noch ein drauf so drei sechs sieben stück noch davon sind aber nicht an den auftrag gegeben ein überhang haben wir hier gebaut interessant ja ok da ist noch einer der schon siebten gesetzt hat nur noch fünf nur noch vier da kommt der vierte er geht aber nach unten noch zwei steine dann war es das ne drei da ist ja auch neuer der geht da oben hin da oben ist fertig und dann noch zwei nach unten einer kommt schon und der letzte wer geht wohin er hat ein stein geholt müsste jetzt fertig sein dann kann er das da zu ende bauen dann haben wir das häuschen fertig ja dann würde ich sagen brauchen wir das alle hier nicht mehr und können hier jetzt noch group drive barracks machen ist keine eins ist unlos sind zwei gewesen naja wie sieht es denn aus hier mit denen okay da können wir ein paar soldaten von machen da müssen wir mal gucken nach hier so kommt werden damit 987 23 ok 15 und drei fast vier und eins okay da sind die beiden schon mal favorisiert der auch 384 12 ok da haben wir hier in soldaten und den nicht den auch sind gerade zwei neue gekommen ok die sind noch nicht richtig ausgerüstet da können wir noch nichts mit anfangen den machen wir auch dazu 273 29 nein und die sind noch zu schwach hier unten was hat man noch einen mit vier und den obersten ja dann kommt ja noch in die gruppe rein wenn die soldaten das waren jetzt vier leute obwohl vier sind hier zu wenig ich möchte noch zwei da gerne zu haben sagen wir denen mal die sollen sich schnell ausrüsten können aber schon mal in die soldaten reingehen und die in die gruppe stecken gruppe 2 können wir erstmal um nennen das war gruppe südwest weiß ich jetzt auch nicht dann ist das kann man das noch sehen nein brech mal ab wie heißen die also da truppe südwest tor truppe nord tor truppe nord tor truppe nord tor läuft ne südwest ich weiß gar nicht südwest tor wie der namen ach so da unten war ein tor ja klar da ist noch kein tor ne da ist eine südwest baracke gut äh patrouille nicht boss & groups haben wir noch nicht auto equipt ne da müssen wir hier rein und die jetzt zuweisen und zwar in erzeuger tour group nord tor nord tor nord tor und nord tor so dann nochmal hier rein und die sind jetzt wie weit 3 2 8 2 4 ja das ist nicht so die bringer ne ja dann kommen die zwei auf jeden fall da noch rein und dann der hat 2 7 der hat wenigstens noch eine andere waffe die vernünftig ist dann nehmen wir den noch hier mit 1 5 dabei dann passt das und dann hier und die gehen noch in die nordtruppe rein so das haben wir an die nordtruppe auto equipt all the groups machen wir mal ja jetzt ist das soweit erledigt guard group hydro group boss & groups keine ahnung wofür das jetzt gut war jetzt gehen wir mal hier zu unserem dingens hin und gucken ob wir hier was ad group tribe barracks expand change owner ach da haben wir es da geht die 3er gruppe rein da müssen wir noch ein bisschen ausrüsten die brauchen dann mal sowas wie betten ne und betten waren diese glaube ne oder wie war das machen wir so ne die drehen wir noch um 1 2 3 na schade ne shift hast du nicht gedrückt und da zweimal und dann kommen da auch noch drei betten hin und dann kriegen sie noch schränke die stellen wir mal dahin und einer kommt in die mitte und dann drehen wir hier noch um dahin ich hab die schrift hast du nicht benutzt da und da 36 passt und eine kerze wäre vielleicht noch ganz nett damit die ein bisschen licht haben aber das war auch hier oder ne beleuchtung 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 bei dekoration da na komm schon und da wenn ich das da hin machen könnte ich glaube nicht durchlaufen kann das sein äh mach da eine kerze hin und ist fertig so da kommt schon ein schrank den haben sie schon geschafft da kommen noch zwei tischler sind am werke für betten und tische brauchen wir sag schon äh ach guck mal einer legt sich da in den schrank schlafen sehr interessant kerze ist da super erste bett kommt auch da passt ne ok damit sind die truppen erledigt hier unten kommen noch zwei schränke hier ansonst das seht ihr jetzt gerade nicht viel ok ja funkt genuckelt würde ich mal sagen wir könnten aber hier noch ein paar lampen gebrauchen mach die mal mit weißem licht aber äh das thema hat man irgendwie schon mal ne mit licht und dahin bauen ja 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 wie funktioniert das ne das ist die gute frage ich weiß es nicht wir machen mal eine dahin und gucken was daraus gemacht wird ne irgendwo kommt ein händler können wir erst weiter laufen lassen bis zum zweiten stopp da unten kommt noch ein schrank der fehlt da noch oder wie ist das ja zwei betten zwei schränke das passt das dritte bett kommt ja gut das haben wir soweit so wir haben jetzt jetzt erstmal überlegen da unten haben wir eine baracke mal guck mal die haben nicht so schöne sachen naja die haben ihre baracke da und wir haben group 3 wo ist denn dann die letzte baracke weiß ich gar nicht mehr jetzt nix ach da oben könnten ne ist da oben ne baracke nein da sind nur die helden dann weiß ich jetzt auch nicht wo baracken noch sein könnten ne sind nur betten also schlaft ist das ne baracke ne da fehlt noch alles drinnen kerze und pet und sowas ne ok äh der händler ist da gucken wir kurz rein der hat waffen dabei sehr schön 768 damage 702 damage 759 774 800 war hoch ok 800 war hoch und das war es schon ne dann haben wir hier noch ein paar schuhe ich bitte das mal schneller durch weil ich glaube da brauchen wir jetzt nicht wirklich was von ne das war es schon ok schuhe sind immer knapp dann nehmen wir die drei paar schuhe und er kann irgendwas anderes haben 1 2 3 4 5 glas ist das kupfer ne kupfer kriegt er nicht steine könnte noch zehn stücke haben oder so komm wir machen mal reichlich steine kriegen wir noch ein bisschen geld dafür ne da ist vorbei gut und dann lass uns handeln machen und fertig so dann geht das spiel aber auch weiter das hier ist ein atelier ich wollte gerade sagen was ist jetzt hier die baracke ne ist er nicht hm weiß ich jetzt auch nicht wo die baracke ist ne haben wir die unten ja wohin gemacht nein hier unten gab es doch keine baracke oder guck da rein guck da rein ne hier gibt es keine baracke hier ja wo war ein lager ne aber keine baracke oder aber ich weiß auch nicht mehr wo das lager war ne das lager ist auch nicht da haben wir das auch aufgelöst ich weiß es nicht mehr ne das ist auf jeden fall nicht ich habe die vermutung dass das hier vielleicht war ja und hier haben wir alles weggeräumt gut okay ja aber dann würde ich erstmal sagen soll es für die folge auch reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss ne